Ja hallo, da sind Sie wieder als Zuschauer bei dem einzigen Ort auf der Welt, der völlig werbefrei ist und völlig finanzinteressenlos, Ihnen die knallharte, schonungslose, vollständige Wahrheit über die Welt sagt, denn diese liefert nur die Kombination der drei großen Naturwissenschaften Physik, Chemie und Biologie, einschließlich Psychobiologie, Evolutionspsychologie, Soziobiologie trotz ihrer vielen Fehler, also eine weiterentwickelte Soziobiologie sozusagen. Das heißt, alles, was es über das die Welt und das Leben und über Menschen zu wissen gibt, ist in diesen Fächern drin, Physik, Chemie, Biologie. Wenn man wie zum Beispiel Professor Harald Lesch zwar sich in der Physik auskennt, sich aber wiederum in der Evolutionsbiologie sozusagen nicht genügend Kenntnisse hat, dann führt das leider dann dazu, dass man sehr weit von der Wahrheit entfernt sich äußert. Also das heißt, um wahrheitsgemäß zu äußern, muss man die vollständige Kombination aus Physik, Chemie und Biologie vollständig im Kopf zu haben und das bekommen Sie nur hier, also auch einschließlich zum Beispiel der Soziobiologie, der Psychobiologie, der Evolutionspsychologie, der naturwissenschaftlichen Teile der Psychologie, die ja quasi Teil der Psychobiologie sind und so weiter. Ja, also von daher sind Sie hier am einzigen Ort der Wahrheit in der Welt und deswegen bitte, ja, verhalten Sie sich hoffentlich entsprechend. So, ein Unternehmer, eine hochinteressante Sendung war gewesen, wo ein Unternehmer, zufällig, der sich gemeinwohlorientiert auch verhält, sozusagen sich so geäußert hat, gebt uns, also ungefähr so, gebt uns Unternehmern Regeln, also liebe Politik, gebt uns Unternehmern Regeln und Rahmenbedingungen, die uns zwingen, das Gute zu tun. Genau das ist das, was leider die Gemeinwohlökonomie nicht leisten wird können, aber eben die nextscientistsforfuture.de leisten können. Och, jetzt bin ich hier irgendwie falsch. Das ist unser hübsches Tagesbild. Ist es gut im Bild? Ich glaube, es kann noch ein bisschen runter. Ja, ich glaube, jetzt ist es besser im Bild. Ja, vielleicht noch ein ganz bisschen. Ja, Ja, das heißt also, die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdaten zusammen als Grundlage der Ermittlung der Verdienstzuschläge an alle Unternehmer, Ärzte und im Rahmen aller Systeme und so weiter, das führt eben dazu, dass diejenigen in der Wirtschaft überleben, die Menschenfreundliches produzieren und herstellen und liefern und dabei nicht die Umwelt wiederum so zerstören, dass es das Wohlfühlen der Menschen wiederum auf der anderen Seite einschränken würde. Also würde ein sorgfältiges Umgehen mit der Umwelt und mit den Menschen ist das Einzige, wo man überhaupt noch was verdienen kann in Zukunft. Durch die Einführung der von Wohlfühlstimme Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten. Ja, dann ein interessanter Bericht, ich glaube, vom Bayerischen Fernsehen. Schluck Wasser. Mit dem Hinweis, dass vielleicht vor 70.000 Jahren der Beginn der Seuchen gelegen haben könnte. Wir sagen ja, dass vor 400.000 Jahren das Elend der Menschheit circa begann, weil dort ungelenkte Formen von Markt- und Arbeitsteilung erfunden wurden. Also Tauschhandel, Markt, Arbeitsteilung, ungelenkt. Und weil das dann sozusagen zum Elend führte. Also ganz kurz nur wieder, ein kleiner Beweis pro Sendung muss ja sein. Hier haben wir den ersten Früharzt und Frühhändler der Evolution. Und der sagt, es lebt noch in der Welt der Wahrheit. Obwohl Markt- und Arbeitsteilung ja quasi schon erfunden sind, lebt er noch in der Welt der Wahrheit. Und sagt, ja, ihr müsst euch weiter naturbelassen ernähren, wie ihr es früher auch immer getan habt. Und müsst so liebevoll miteinander leben in euren Kommunen, damit ihr glücklich und entspannt seid, riesig starke Immunsysteme habt und euch über irgendwelche Krankheitsursachen gar keine Gedanken machen braucht. Professor Franz De Waal hat ja bei den Bonobos in 20 Jahren der Beobachtung angeblich nicht eine Spur einer Krankheit feststellen können, weil die eben naturbelassen gelebt haben. Und dann kommt, aber zwangsläufig, gemäß dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, musste es dazu kommen, dass hier ein Früharzt und Frühhändler entsteht, der sich irrt. Und er sagt, nein, ihr könnt auch ruhig meine denaturierten Nahrungsmittel essen, die sind genauso gesund. Und außerdem müsst ihr meine Impfungen, Tests, Bestrahlung, Chemotherapien und so weiter kaufen. Nur so könnt ihr gesund leben. Der irrt sich also total. Die Leute hören auf ihn, weil Menschen einfach auf Menschen hören. Und sie werden chronisch krank durch die krankmachende Ernährung. Dann kann er ihnen lauter Impfungen, Tests, Chemotherapien, Operationen verkaufen. Und er wird dadurch sehr reich und kann alles andere auskonkurrieren, kann den hier wirtschaftlich auskonkurrieren. Und selber kann er zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren und wird der Vorfahre von Trosten, Lauterbach und Wieler. Ja, das muss bereichen als naturwissenschaftliche Beweisführung dafür, dass eben unser jetziges System seit 400.000 Jahren also alles zerstört. Und dann ist es auch logisch, dass wir dann vor 70.000 Jahren auch dann schon die ersten Seuchenaspekte bekommen haben. Und dann vor 20.000 Jahren sei laut dieser bayerischen Fernsehsendung allmählich sozusagen die Menschheit ja sesshaft geworden, was ja schon auch nicht ganz natürlich ist für die Menschheit, weil sozusagen die Landwirtschaft sehr schnell zum monokulturellen Anbau neigt und dadurch zu minderwertiger Nahrung führt und so weiter. Und das haben wir ja schon immer gesagt, dass so in dem Bereich 20.000, 10.000 Jahre Erfindung von Ackerbau und Landwirtschaft im Engel, also immer konkreter sozusagen, dass das unsere Gesundheit schwer beschädigt hat, dass wir mickriger wurden. Wo ist das Bild? Ja, hier zum Beispiel. Ja, hier, sie sind ja hier beim Arbeitskreis vom World Council und dem nextscientistsforfuture.de und wir hier sozusagen mickrig wurden durch die Erfindung von zwischen 20.000 und 10.000 Jahren bei der allmählichen Erfindung von Landwirtschaft wurden wir immer mickriger und kränklicher und die großen Seuchen begannen. Das sagen wir ja schon seit langer Zeit. Das wurde jetzt nochmal bestätigt von dieser Sendung. Ja, die Fehlernährung wurde immer größer und dann die Seuchen. Und das ist der Punkt. Die Immunsysteme wurden einfach immer schwächer. Ja, und das heißt also, wir müssen wieder durch die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten, unsere Landwirtschaft und Wirtschaft dahin lenken, alles uns wieder total naturbelassene Nahrung zu beschaffen. Ja, dann eine Bestatterin. In einer Sendung äußerte eine Bestatterin etwas total Interessantes, was wir natürlich auch schon oft gesagt haben, aber es hat sonst außer uns sonst noch niemand so deutlich gesagt, außer Dr. Med. Gerd Reuter, der ja ganz klar sagt, Medizin tötet. Schluck Wasser. Die Bestatterin sagt nämlich, wir Bestatter haben alle Kurzarbeit, weil viel zu wenig gestorben wird. Wir haben ja eine künstliche Untersterblichkeit erzeugt und bezahlen dafür einen riesigen Preis. Wir haben riesige Maßnahmen gemacht und haben dadurch künstliche Untersterblichkeit erzeugt und bezahlen dafür große Preise. Ein Preis ist, dass zum Beispiel die Bestatter arbeitslos sind und Kurzarbeit betreiben müssen. Und jetzt kommt das Interessante. Die Bestatterin hat gesagt, sie vermutet, dass zu wenig Operationen stattfinden, denn Operationen führen zuverlässig zu mehr Toten, ihrer Erfahrung nach. Und wenn auch zu wenig operiert wird, kommt das auch zu weniger durch zu Infektionen, durch Krankenhauskillerkeime. Und das liefert dann also einer Bestatterin zu wenig Kundschaft. Also wenn zu wenig operiert wird, wird zu wenig gestorben. Ja, das erinnert mich immer an diese Anekdote, ich kann es nicht nachprüfen, dass angeblich mal in Südamerika die Mediziner gestreikt hätten, bis auffällig wurde, dass immer weniger Leute gestorben sind, weil eben die Ärzte immer weniger Leute getötet haben, weil sie ja gestreikt haben. Und dann haben sie schnell den Streik beendet, bevor das zu auffällig wurde, ist die Anekdote jedenfalls, weil eben da sonst ja deutlich geworden wäre, dass Medizin eher eine tödliche Auswirkung auf die Gesamtbevölkerung hat. Eine lebensverkürzende Wirkung, was ja auch Dr. Medgerd Reuter behauptet, anhand der Daten des Statistischen Bundes und Wahlamts Wiesbaden. Wobei jetzt eine neuere Meldung kam, dass angeblich nur die Lebensverlängerung sich deutlich verlangsamt hätte. Also Dr. Medgerd Reuter hat die Daten so interpretiert, dass er sagt, nein, wir sind schon wieder in der Phase der Lebensverkürzung, in der sich ja auch etliche USA-Staaten jetzt schon befinden. Aber wenn nicht, dann wird das noch kommen. Also unser Medizinsystem wird das wie in den USA auch schaffen, dass die Menschen auch wieder deutlich früher sterben. Schluck Wasser. Ja, ein Arzt sagt in einer anderen Sendung, ja, wenn früher ein Mensch Antibiotika bekommen hat, dann erhöht das jetzt die Anfälligkeit für das Coronavirus, weil Antibiotika eine langfristige immunschwächende Wirkung hätten. Interessanter Gedanke, wenn der stimmen sollte, ne? Ja, und dann sagt dieser Arzt auch noch, die beste Medizin ist der Mensch. Und das empfiehlt ja eher das Gegenteil von Wegsperren der Menschen durch einen Lockdown. Ja, denn, wie gesagt, das habe ich ja auch in den letzten Sendungen gesagt, dass eben der Faktor Mensch vielleicht eben einer der wichtigsten Heilfaktoren überhaupt ist. Ja, und Bodo Schiffmann sagt so Dinge wie die Menschen verhungern, weil wir nichts mehr kaufen. Ja, dadurch, dass unsere Wirtschaft runtergefahren ist, verdienen die Näherinnen in Bangladesch weniger und verhungern jetzt, ne? Weil die werden natürlich nicht weiter bezahlt, wenn keine Aufträge aus Europa kommen, ne? Ja, also jeder Lockdown ist eben sehr, sehr gefährlich und sehr, sehr schädlich. Und wie gesagt, eine Untersterblichkeit zu erzeugen ist immer sehr, sehr sinnlos und zieht viele Folgeschäden nach sich. Wir haben ja gesagt, man muss einen Zielschuss erreichen, auf keinen Fall eine Untersterblichkeit künstlich erzeugen. Ja, dann hatte ich ganz vergessen, hier zu erwähnen, das sind ja unsere Tagesthemen, mir ist jetzt nochmal aufgefallen, denn eben habe ich ja gerade Dr. Bodo Schiffmann erwähnt, ja, und, ja, aber das kommen wir ja nachher noch wieder dazu. Also, vor den Tagesthemen kommt ja immer erst die Tagesschau mit den Kurznachrichten heute sozusagen, die, die Heute-Sendung mit den Kurznachrichten, ja. Wir sind ja jetzt erst bei den Kurznachrichten, nachher kommen dann die Tagesthemen. Ja. So, Kurznachrichten unter dem Zeichen unseres Tagesbildes, ja. Ja, und dann, Fridays for Future fordert in einer anderen Sendung wieder mal, den, wieder mal den System Change, den ja nur die Segnex Scientists for Future richtig kompetent können, ja, mit der Wohlfühlstimme und so weiter. Ja, aber Fridays for Future, ich fürchte, sie meinen sozusagen eher die linksradikale Lösung, Revolution, Stalinismus, Honeckerismus und irgend so etwas fürchte ich. generell fürchte ich, dass unsere Welt ist voll von, nach wie vor von dieser vereinfachenden Spaltung, Revolution und Pseudokommunismus, Pseudosozialismus auf der einen Seite und Marktradikalität und freier Markt auf der anderen Seite und dazwischen scheinen die Menschen, die Masse der Menschen gar nichts denken zu können. Zum Glück brauchen wir nur einen klugen, einflussreichen Menschen, der den Ansatz der nextscientistsforfuture.de versteht und dann würden sich ja alle Probleme lösen. Ja, und über Bolsonaro wird wieder von Brasilien wieder berichtet, er habe keinerlei Symptome, ja, also Corona für einen 65-Jährigen offensichtlich überhaupt kein Problem, trotz mehrfacher positiver Testergebnisse. Richard David Precht in einer Sendung, einer älteren Sendung, die jetzt wieder aufgelegt worden war, also re-uploadet wurde, wiederholte wieder ganz deutlich seine philosophischen Irrtümer, also Richard David Precht ist Philosoph, ihm fehlen praktisch fast alle Kenntnisse der kombinierten Naturwissenschaft, Physik, Chemie, Physik plus Chemie plus Biologie, ja, inklusive Psychobiologie, Soziobiologie und so weiter, das fehlt ihm alles und deswegen kommt er auf die unrealistische Idee, dass jetzt alle Menschen arbeitslos würden, das hat man schon öfters gesagt, das ist aber nie gekommen, weil sozusagen es ist unwahrscheinlich, dass Menschen an dieser Welt irgendwann tatsächlich nichts mehr zu verbessern haben werden, dass alle Wohlfühlstimmen schon maximal sind, alle Gesundheitsdaten schon maximal sind und Langlebigkeitsdaten noch maximal sind, also wer fähig ist, wird immer weiter gebraucht werden, das Ganze fußt auf dem, auf der Gleichheitsvorstellung, ich fürchte, dass Richard David Precht auch gewisse Sympathien haben dürfte zur Gleichheitsvorstellung, wo ist es? Ja, also die eine der wichtigsten naturwissenschaftliche Erkenntnisse ist, dass die Evolution ein aktiver Erzeuger von Ungleichheit ist und dass natürlich hier, wenn wir immer mehr uninkompetente Personen in der Welt haben, weil eben inkompetente Personen zufähige Kinder bekommen, eben durch das zum Beispiel durch ein von Precht empfohlenes bedingungsloses Grundeinkommen, stellen wir uns noch einmal vor, eine ungebildete und beruflich inkompetente Frau bekommt mit ungebildeten inkompetenten Männern 30 Kinder und bekommt dafür jedes Mal sozusagen 1500 bedingungsloses Grundeinkommen, dann hat sie am Ende sozusagen ein Monatseinkommen, das im Bereich von 30.000 40.000 20.000 30.000 40.000 je nachdem welche Kinder gerade dann volljährig werden und ihr bedingungsloses Grundeinkommen dann selber beziehen und so weiter, aber die hat dann ein Gehalt zwischen 20.000 und 40.000 für das in die Welt setzen von Kindern und erstens richtig sagt das auch einer, ich glaube es ist Precht selber, der sagt, dass das natürlich unendlich alle beruflich Arbeitslosen aller Welt nach Deutschland locken würde 1500 Euro zu kriegen als Arbeitsloser durch ein bedingungsloses Grundeinkommen und dann wenn man dann noch Kinder produziert kriegt man dann ein Einkommen Familieneinkommen zwischen 20.000 und 40.000 45.000 Euro dann ist das eine so da sagt dann Precht glaube ich da müssten wir ja an den Grenzen schießen und trotzdem empfiehlt er das bedingungslose Grundeinkommen also das heißt das Dilemma ist halt diese hier werden wohl nie arbeitslos werden oder nicht nicht in den nächsten tausend Jahren schätze ich mal Schluck Wasser aber natürlich diese werden immer arbeitslos weil wenn diese hier in der weniger qualifiziert sind als der Rest der Welt dann wird sie niemand einstellen ja Christian Felber wiederum mit der Gemeinwohlökonomie der bringt in dieser Sendung die jetzt reuploaded wurde wieder sein Z-Modell das bedeutet dass es dass die Gehaltskurve unten nicht ganz runter geht also quasi beim bedingungslosen Grundeinkommen kann es ja dann nicht weniger als 1500 Euro im Monat sein und dann will er das eben oben begrenzt wird sagen wir mal 20 wäre dann der Faktor obwohl er ja immer 10 nennt 20 das würde bedeuten dass das höchste Gehalt in Deutschland 20 mal 1500 nehmen wir mal an es wäre jetzt das bedingungslose Grundeinkommen dann hätten wir es da mit 30.000 Euro Monatsgehalt zu tun und das würde quasi alle gutverdienenden Leute reichen sozusagen sofort bevor das eingeführt würde zum Verlassen Deutschlands bringen alle fähigen Unternehmer würden Deutschland verlassen und Europa auch und Europa würde als völlig verarmter Kontinent zu übrig bleiben weil das nämlich faktisch eine ganz ganz radikale Umverteilung wäre und eine nicht nur eine Umverteilung sondern eine Raustreibung aller fähigen und kompetenten und reichen also alles was irgendwie fähig ist alles was sich hier bewegt ja und eben über 30.000 verdient normalerweise im Monat das würde sagen tschüss Deutschland weil ja durch sein System auch nicht das Wohlfühlen gesteigert würde also die Lebensqualität das auch gar nicht hergeben würde das heißt die Leute würden sagen es gibt andere schönere Plätze auf der Welt als Deutschland wo meine Lebensqualität vielleicht noch deutlich höher ist als in Deutschland also habe ich dann gar keinen Grund mehr in Deutschland zu bleiben und damit ist Felbers Konzept natürlich unhaltbar übrigens hat ja Christian Felber seine Umfragen immer mit denjenigen Linksradikalen gemacht die überhaupt zu seinen Vorträgen gekommen sind andere als Linksradikale kommen verirren sich ja nur sehr selten in seine Vorträge und er spricht aber trotzdem von den Menschen dass die Menschen das jeweils entschieden hätten in den internen veranstaltungsinternen Abstimmungen aber das sind nicht die Menschen sondern das sind die Linksradikale ist eine selektierte Stichprobe von Linksradikalen die das so gewählt hat und das ist nicht aussagekräftig Herr Felber ja dann haben wir das waren die Kurznachrichten und jetzt können können wir wieder zu den wie immer zu den Tagesthemen kommen ja Corona ist klar dass also der Blick nach Schweden eindeutig leert im allerschlimmsten Falle wenn wir alles annehmen zugunsten von Corona das ist also wenn wir alles annehmen zur Hypothese Corona sei ein Killer Virus also der entspricht das entsprechende Virus sei ein Killer Virus dann kommen wir trotzdem in Schweden mit ihren 5500 angeblichen vermeintlichen Corona Toten kommen wir maximal auf die Aussage einer sehr kräftigen Grippe und eine sehr kräftige Grippe würde niemals einen Lockdown rechtfertigen es müsste schon etwas sein was dreimal viermal fünfmal sechsmal zehnmal zwanzigmal stärker ist als eine Grippe ein Grippevirus dann könnte man über einen Lockdown erstmals nachdenken man macht es sich noch einmal klar in Schweden hätte die Pest mindestens jetzt 3,3 Millionen Tote hinterlassen vergleichen sie bitte die 5500 Corona Toten mit den 3,3 Millionen Toten dann sehen sie dass also auch eine kräftige Grippe vergleichsweise harmlos ist mit einer Pest zum Beispiel ja mit einem Pesterreger also das ist also ja geklärt das Thema ja Dr. Markus Krall und Horst Lüning haben sich in ihren Sendungen öffentlich immer sehr marktwirtschaftlich marktwirtschaftsfreundlich geäußert und da also nochmal die Kritik liebe lieber Dr. Krall lieber Horst Lüning denken Sie noch einmal nach hier die Markt und Arbeitsteilung sind der Zerstörer schlechthin ich habe es eben geschildert wie eben die gewinnbringenden Irrtümer die vorteilbringenden und karrierefördernden Irrtümer zum Beispiel der Ärzte und Händler sich zwangsläufig ausbreiten müssen sozusagen in der Evolution und ja bitte Sie da also Physik Chemie und Biologie gründlicher zu studieren noch einmal neu ja dann haben wir hier Tagesthemen sind wir gerade Dr. Klaus Köhnlein war so intelligent dass er eben erkannt hat dass zum Beispiel er das selbst miterlebt habe zum Beispiel dass man bei HIV eben dachte die Leute würden an dem Virus sterben bis man erkannt hat dass sie an den Medikamenten gestorben sind und nicht an dem Virus selber und das ist eine tiefe Einsicht die nur viele nur wenige die von anderen Ausnahmeärzten und und Virologen und so weiter vor ihm hatten ich erinnere mich glaube ich an Professor Peter Duisberg der ja auch diese Erkenntnisse schon hatte und so weiter also noch mal ein großes Lob an Dr. Klaus Köhnlein für diese verdienstvolle Arbeit in seinen Sendungen oder in Sendungen mit ihm Christian Fellbach haben wir heute genügend genannt ja und Bodo Schiffmann auch schon und bleibt uns noch zum Schluss KenFM hat sich ja teilweise sehr kritisch über Bill Gates geäußert und hat sozusagen ja und das Problem ist dass man über Bill Gates nicht mehr sagen sollte und darf als dass er die Irrtümer der marktwirtschaftlichen Pharmaindustrie eben übernommen hat und wirklich glaubt dass die Menschheit nicht überleben könne ohne ständig und komplett geimpft zu werden und alles was mehr sagt als lieber Herr Bill Gates denken Sie noch mal darüber nach ob Sie sich nicht geirrt haben könnten ob Sie da nicht Irrtümer übernommen haben kann nur böses Blut erzeugen kann nur Öl ins Feuer gießen kann nur sozusagen negative Folgen haben und kann nur zur Folge haben dass vielleicht irgendein Verrückter irgendwann Bill Gates ermordet und dadurch sind wir am Ende nicht weitergekommen sondern wir sind wieder also genauso wie jede linksradikale verfassungsfeindliche gewaltsame Revolution und jede rechtsradikale gewaltsame Revolution mit dem Ziele zum Beispiel einen Führer aufzustellen wieder diese beiden bringen uns immer nur am Ende wieder ganz viele Tote und keinen Gewinn bitte lieber KNFM denken Sie nochmal darüber nach jede Formulierung außer ein anderer Mensch irrt sich geht zu weit und ist auch übrigens legal eigentlich auch nicht erlaubt in unserer Gesellschaft denn das wäre ja dann eine Unterstellung oder Behauptung einer Straftat oder böse Absichten kriminelle Absichten ohne Beweisführung und das nennt man dann glaube ich irgend so was wie falsche Verdächtigung Verleumdung Rufmord oder was auch immer dann Formulierungen verwendet werden dafür und so weiter habe also auch ich muss mich immer mehr disziplinieren wir dürfen nur noch sprechen davon also Personen Menschen können sich irren und alles andere es mag ja sein dass es irgendwo einen Verbrecher gibt der irgendein uns was böses will und vielleicht auch wirklich eine Verschwörung macht aber dafür haben wir praktisch nie Beweise und wenn wir keine Beweise haben dürfen wir es trotzdem nicht sagen sondern können immer nur sagen dass sich irgendwo jemand irrt und das führt zur Versachlichung und das führt dazu dass eben nicht mehr irgendwie Menschen sich berufen fühlen dann irgendwelche Leute zu ermorden über die andere gesagt hätten sie hätten böse kriminelle Absichten ohne dass es dafür ein Beweis vorgelegen Würde hat also wenn wir uns alle nur auf das Wort Irrtum wenn wir nur sagen lieber anderer Mensch vielleicht irren sie sich und dafür gibt es den und den naturwissenschaftlichen Hinweis dann kriegen wir hoffentlich auch eine friedlichere Gesellschaft mit weniger rechtsradikalen Morden und weniger linksradikalen Morden wie wir sie ja noch bei der RAF massenhaft hatten ja ja und insgesamt muss ich sagen also wir sind jetzt dazu übergegangen nicht mehr so viel Kontakt mit der Außenwelt aufzunehmen weil sich einfach herausgestellt hat dass die Menschen doch sehr vieles dessen was man so auch im Internet erreichen kann doch den Eindruck macht als sei man sehr verliebt in die eigenen Irrtümer und können da nicht über den Schatten der eigenen Irrtümer stimmen deswegen können wir nur sozusagen sagen liebe Zuhörer prüfen sie einfach nur die Hypothese dass hier in der wissenschaftlichen Tagesschau heute mit ihren Tagesthemen und so weiter und in den Talkshows wo ist es in den Talkshows Demokratie pur hier das hier und in den Eilmeldungen das hier leider der einzige Ort der Wahrheit auf dieser ganzen großen Erde ist und ansonsten halt sehr sehr viel Irrtum ist denn Markt und arbeitsteilige Systeme sind die notwendigen Multiplikatoren von gewinnbringenden vorteilbringenden karrierefördernden Irrtümern die dann im Effekt eine unendliche Gehirnwäsche der gesamten Weltbevölkerung darstellen Tschüssi bis bald Weltbevölkerung